Es ist ein besonders wirkungsvolles Gift. Die Substanz, mit der der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny vergiftet wurde, stammt aus der sogenannten Novichok-Gruppe. Das ergab die Analyse eines Bundeswehrlabors. Sowjetische Wissenschaftler entwickelten das Nervengift zwischen 1970 und 1980 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in einem staatlichen Forschungsinstitut in Moskau. Ein russischer Chemiker machte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Öffentlichkeit auf die Existenz des geheimen Novichok-Programms aufmerksam. Das Nervengift kam nicht nur bei Nawalny zum Einsatz. Auch bei dem Anschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal im März 2018 im englischen Salisbury wurde Novichok genutzt. Skripal und seine Tochter entgingen nur knapp dem Tod. Eine 44-jährige Britin, die eine später gefundene Flasche mit dem Gift für Parfüm hielt, starb daran. Die Dekontamination des kleinen Städtchens dauerte knapp ein Jahr. Erst nach dem Anschlag auf Skripal nahm die Organisation für das Verbot chemischer Waffen Novichok in die Liste der verbotenen Substanzen auf. Es war die erste Anpassung der Liste seit ihrem erstmaligen Inkrafttreten 1979. Untertitelung des ZDF für funk, 2017